Hallo und Willkommen auf Medikalisch. In diesem Video wollen wir der Frage nachgehen, ob Kaffee, Tee, Säfte oder sogar Cola dem Körper Wasser entziehen können. Derartige Behauptungen, die ja meist lieb gemeint sind, hört man nicht selten. Um noch genauer zu sein, wird zudem behauptet, dass man den Flüssigkeitsbedarf auch nur mit reinem Trinkwasser decken könne. Ist das wirklich so? Hierfür müssen wir uns einmal das Verdauungssystem und unseren Flüssigkeitsbedarf genauer anschauen. Insgesamt benötigt der menschliche Organismus etwa 2,5 Liter an Flüssigkeit bzw. Wasser, was von extern zugeführt werden muss. So viel trinken jedoch die wenigsten. Dies liegt jedoch daran, dass ein Teil des Bedarfs durch die Flüssigkeit in unserer Nahrung gedeckt wird. Allerdings muss man beachten, dass diese Angaben hier natürlich sehr grob sind und von vielen verschiedenen Faktoren abhängen, wie z.B. körperliche Aktivität und so weiter. Was passiert dann, wenn wir beispielsweise Cola trinken? Im Laufe der Magen-Darm-Passage werden Schritt für Schritt der Flüssigkeit die Nährstoffe entzogen. Das heißt, dass unsere Enterozyten, also Darmzellen, beispielsweise den Zucker aus der Cola in unser Blutsystem aufnehmen. Anschließend wird die verbliebene Flüssigkeit insbesondere im Dickdarm resorbiert. Da Cola sowieso hauptsächlich aus Zucker und Wasser besteht, bleibt also im Endeffekt nicht mehr viel davon übrig. Fast alles wird von unserem Körper aufgenommen und verwertet. Bis hierhin stellt Cola also sogar einen Flüssigkeitslieferanten dar. Das gleiche gilt im Wesentlichen auch für Kaffee, Tee oder ähnliches. Der zweite Grund, warum Wasser noch entzogen werden könnte, ist das Nierensystem. Hierbei kann es beispielsweise zur sogenannten osmotischen Diurese kommen. Das heißt, der in der Cola enthaltene Zucker kann das Körperwasser binden und hierdurch dieses entziehen. Doch dieser Mechanismus findet in aller Regel nicht statt, da nur Unmengen an Zucker diesen Mechanismus auslösen können. Hierfür müsste man sich schon täglich literweise Cola zuführen, damit auch nur ansatzweise die Diurese beginnen kann. Zudem beinhalten ja Kaffee oder auch beispielsweise Cola Zero deutlich weniger oder gar kein Zucker. Der zweite diuretische, also harntreibende Effekt kann durch die Interaktion von bestimmten Molekülen wie Koffein mit den mikroskopisch kleinen Funktionseinheiten der Niere, die auch Nephrone genannt werden, erfolgen. Doch auch dieser Mechanismus ist viel zu schwach ausgeprägt, um effektiv dem Körper Wasser entziehen zu können. Die Behauptung, Kaffee und Säfte würden den Körper austrocknen, ist also nur ein Mythos. Diese Flüssigkeiten bestehen selbst größtenteils aus Wasser. Dabei ist es für den Körper völlig unerheblich, wie das Ganze genannt wird. Hauptsache es kommt etwas davon im Darm an. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis dann!